Herzlich Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler zu diesem Video Geometrie Teil 44. Das Thema des Videos lautet, kann ein Drachenviereck ein Trapez sein? Und schwuppdiwupp haben wir unsere beiden Schönlinge schon vor Augen. Links richtig das Drachenviereck und rechts das Trapez. Was ist typisch für das Drachenviereck? Das Drachenviereck hat zwei gleich lange Seiten oben mit grünen Pfeilen gekennzeichnet und zwei gleich lange Seiten unten mit orangefarbenen Pfeilen gekennzeichnet. Das Trapez hingegen hat zwei parallele Seiten, hier unten und oben mit den grünen Pfeilen gekennzeichnet. Also haben wir im Drachenviereck unten rechts und links den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause